Hallo, wir grüßen euch! Hallo! Hallo, Caroline! Autsch! Autsch! Ich lauf weg, ich lauf weg! Okay, ich mach schnell. Ich brauch Holz. Alle machen schon Holz, ich noch nicht. Hey, Alex, hallo! Holz ist das wichtigste auf der Welt. Hä? Ja. Ich mach Stockhaus. Stockhaus? Ja. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Egal was. Wir machen auch ein Haus. Okay. Ich mache noch dieses Haus. Und ich mach für euch etwas. Nein, kraftig. Ich denke? Ja. Wie kann man schneller? Na gut. Okay. Ein Holz, glaub ich. Äh, brauch ich. Hey! Was brauch ich? Was? Brauch ich nicht. Hey! Was? Hier gibt's nichts. Warum hast du schon eine Axt, Carolina? Nicht so schnell. Ja, weil ich ganz gut... Hä? Ja. Die lange Bank. Die lange Bank. Aber ich werde hier mein Haus haben. Okay. Habt ihr schon alle Platz gefunden? Ich hab noch nichts. Alex, warte wo... Ganz zurück, meine Mädels, hier. Ey, wir haben eine Liste. Ich bin eine Liste. Warte, wir haben eine Liste. Wo können wir sich finden? Ah, ich weiß schon, ja. Warte, ich hab für euch ein Geschenk. Eins? Nein, brauch ich nicht, ja. Danke. Aber gib mir so, wie willst du. Aber wo bist du denn? Ich kann dich nicht finden. Wo ist... Bist du weiß? Warte, ich geh. Ich geh, sag mal. Nein. Stopp, sag mal in der Mappe. Ah, das bist du. Ich bin... Äh, wer ist dort? Du bist dort. Wer ist dort? Hallo, Carolina? Keine Ahnung. Ich mach dich dort. Hier hinter dir. Oh Gott. Jetzt hab ich mal... Ah ja, hier hat mein Kraft. Debo. Bitteschön. Wo? Ein weißer Axt. Ich hab noch eins zum Verhof. Ich muss ein Zest haben. Okay, also ich mach mein Haus. Und ein Haus. Nein, wir wollen nicht selber ein Haus haben. Okay, alles. Wir machen eine gemeinsame, oder was? Ja, gemeinsam Haus. Du musst ja mich finden, ich hab so was. Na was, jetzt machen wir eine gemeinsame, oder? Alleine, oder? Nein, gemeinsam. Ja, aber wir werden traurig, traurig, traurig. Ja, ich hab gute Idee. Okay. Ich hab eine coole Idee. Wir können ja eine Basis gemeinsam machen, und dann kann jeder sein Haus noch machen. Hast du ein Schwert? Ja, ich habe. Nein, nicht zu dir. Wo seid ihr? Hast du ein Schwert? Nein. Ah, dann mach ich für dich eins. Ah, da seid ihr. Oh nein, ich glaub es wäre... Hier bauen wir? Ja, hier bauen wir lieber. Bei dem Schnee. Warte. Ich hab bei diesem Schnee. Warte. Ich hab was für unser Haus. Guck's ja so, was für unser Haus Teppich, okay? Das ist kein Tee. Jetzt ist der Schnee. War zu schnell. Aber guter Platz. Ja, guter Platz. Erst muss ich mein Alles haben. Was? Hab ich schon? Nein. Hä? Hä? Hey! Komm, wir suchen alle. Ich brauch etwas Tomaten. Ja. Okay, ich beginne mal mit Bauen. Ja. Ah, ich seh dich, Alex. Ich hab auch ein Holz. Verlegung. Warte. Holz geb ich dir eines. Sehr gut. Ich hab ganz viel Holz. Okay. Wo bist du denn? Ich gebe sonst hier das, okay? Warte, ich gebe ganz viel Holz. Wo bist du? Da. Warte. Stopp. Warte. Warte. Schleier. Warte schön. Noch ein Schwert. Und für dich ein Schwert. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Und ich mach... Fünf, sechs, sieben. Und ich mach... Warte, ich hab eine gute Idee. Und ich mach... Warte, ich hab eine gute Idee. Und ich mach... Warte, ich mach so so eine kleine Postchen. Warte. Alex. Dann willst du was haben, dann hier unten wird was Cooles, okay? Äh, wo sind die Steine und kann man so etwas machen? Da falle ich. Oh. Jetzt. Jetzt nicht. Glaub ich, passt das. Aber du musst mehr für mich, weil es Hilfe brauche ich. Hilfe! 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 Okay. Warte, ich hab noch ein paar... Ähm... Hilfe. Hilfe! Okay. Also... Warte, ich helf dir, okay? Na, aber keine Ahnung. Ich helf dir alles. Hm. Hm. Ich kann ganz gut bauen. Okay. Okay. Und ich werde Holz nehmen. Und ich werde Holz nehmen. Hallo? 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 Was soll? Ich werde Holz nehmen. Ich werde Holz nehmen. Wie Erde... Blöcke. Was heißt das? Okay. Was heißt das? Was willst du sagen damit? Bitte. Manche Kürze... Sonst... Äh... Was heißt das? Hast du eine Schaufel? Ich? Ich hab keine. Ich hab. Oh, kannst du da alle weg machen? Eine für dich? Willst du? Ja. Ich gebe dir alles, okay? Ah, das ist auch gut, ja? Und ich mach für dich noch ein paar Hölzerstücke. Bitte. Noch ein bisschen. Okay, ins nächste Kohlhaus haben. Und ich werde Holz nehmen für unser Haus, okay? Mhm. Und dann Mia gibt's ja dir. Dann haben wir noch einen Stock, okay? Okay? Jetzt hab ich... Ich bin Tsunami, okay? Nein. Okay. Aber... Was für Tsunami? Tsunami... Was handelt. Keine Tsunami. Tsunami... Ja, 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 ja. Tsunami ist cool einfach. Hier. Alex, wo bist du? Dort. Warte. Wie hältst du schon aus? Das bist du? Mhm. Warte. Ich war für dich bei Holzerstücke. Ich bin ein Bub und... Da, da, da. Da, da. Ich bin ein Bub und... Okay. Geschafft. Alle mir sind Buben. Ich bin Carolina. Warte. Du kriegst so viel Holzstücke. Wieder schon. Wow. Ganz viel hab ich. Hey, ich hab auch Seth. Hallo? Hey, das hier ist mein Seth. Warte, soll ich ein Glas machen? Oh! Soll ich ein Glas machen? Ja, Mann, bitte. Ja, ganz schön. Ja, weil wir haben ja keins. Na gut. Okay, ich mach so viel Gläser, wie kann ich. Okay, ich hab ihr Holz. Dann kann ich was machen für uns allen. Warte, ich kann was anderes machen. Ich mach einen Schaufel. Hey. Ah ja, ich hab vergessen. Mach Schaufel? Ja. Oh, ich hab so wenig. Ich muss mehr. Aber dann muss... Bitte. Ah ja, ich hab Holz. Ich brauch das. Ich brauch das. Carolina, bitte. Gib mir Kraft den Table. Snell, bitte. Oh, ich hab etwas gefunden. Bitte. Gib mir Kraft den Table. Ich hab sogar eine noch. Gib. Danke. Huch. Jetzt wär ich ein Glück. Ich mach Steine, wie kann ich... Ich mach so Steine. Carolina ist doch mein Koppany. Deutsch. Ja, ich sage auf meine Sprache. Gott, weil ich weine wieder. Sag mal. Sag mal. Oh, ich hab Schneekugeln. Ich nehm Steinkugeln. Ich nehm Steinkugeln. Ich nehm Steinkugeln. Das wird dann noch für mich. Danke, ich mach nur Mahlsteine. Wie diese siehst du diese. Ja. Also, du machst Ofen? Ja, ich mach Ofen. Hilfe. Wo bist du? Wo bist du? Ich? Hilfe. Ich hole ein bisschen Holz. Ich hab... Ich hab... Hä? Wo bist du? Hilfe. Hilfe. Nein, ich nehm noch Hilfe. Ich rufe mal Hilfe. Hilfe. Da kommt sie. Ich. Ich. Weil ich bin so gestreut. Ich mach sicher Steine weg, okay? Huch. Ich bin nicht drinnen. Huch. Ich bin gerettet. So. Hallo. Äh, wer bist du Carolina? Das ist Carolina. Hä? Hä? Ah ja. Ähm, mit... Das? Was hab ich für dich? Ich will... Ich will... Ich will auch Schnippeln. Vielleicht. Du musst, äh, nur so... Schaufeln haben. Kraftdienst. Elk hat meine Schaufel. Egal, ich mach... Mama, Schaufel ist aus. Was machst du mal? Ich mach urviel. Keine Angst. Oh! Phe! Ich hab urviel gemacht. Ich hab schaufeln. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein... So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab urviel. Juh. Juh. Sniperren sind meine. Geh weg! Aua. Hiiiih... Ich werde worum ресniperren gibt. Ich auch. Ich auch? Hahaha. Vielleicht, auch Sharing. Johannes? Ja, ich brauch schon. Nein, ich hab urviel Schaufel. Kommt nach! Oh nein! Oh nein, das ist nicht gut. Ja, voll nicht gut. Wir brauchen Schafe, um etwas zu haben. Hey, ist aus. Keine Angst, ich habe Ehe. Wer kommt, dann sagt sie, okay? Dann habe ich einen Wert. Wer hat einen Wert, dann sagt... Ich. Okay, dann kannst du ja kämpfen. Alle mit Körper? Nein, nie. Nee. Warte. Wie viele Steenkugel habe ich schon? So viel. Oh, ich auch. Guck. Ich habe mehr. Schau, wie viel. Dann gibt's nichts bei unserem Schnee. Ja, das ist gut. Ich verzicke mich in eine meiner Holi. Warte, ich werde euch retten. Hast du Stein für uns? Zicken! Ich? Ich habe keine. Was? Stein. Stein, ich habe immer einen. Ich habe. Keine Angst. Ey, mach mich schnell. Warte, Carolina. Kann ich dich nicht schlagen? Geht nicht. Kann ich Hündchen schlagen? Hündchen. Hündchen habe ich nicht. Ja, ich kann. Bitte nicht Hündchen totmachen. Dann wird unser Tier. Was ist das? Was sind Tiere? Oh, Hündchen. Bitte nicht ihn totmachen. Du bist voll slim, Carolina. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Ja. Ohne Essen. Ohne Essen. Ohne Essen. Eine Kuh, eine Kuh. Hinter dich, Alex. Kuh. Ja, hier ist eine Kuh. Snell, die böse Kuh. Super. Ja. Ist das echt gut? Ja. Veronica, ich sehe gar nichts. Und ich suche, dass du einfach wachst. Hier bist du so hoch. Und du bist auf. G聲, Wal garantierlich. Falls gut kannst du Haus bauen, ich zeige dir, Alex. Aber du bist noch nicht fertig. Fällt noch ein bisschen. Ja, ich sage Du dir. Haben wir schon Klaas? Nein. EIN WOLF. EIN WOLF. EIN WOLF. EIN WOLF. EIN WOLF. EIN WOLF hat mir Gerät light, Essen gegeben. Ja, super. Ja, super, Poll. Danke. Und alle werden seine Hauszimmer haben. Hier wird er meinen. Nein. Und in der Mitte wer? Nimmer. Dann muss er erst mal schauen, wie dieses Haus groß wird. Ich beginne gleich zu hungern haben. Ich nicht. Ich habe Essen urviel. Hast du Steine mal essen? Ja. Gib mir. Nein, ich kann das Kind jetzt. Hey, wo ist der Kocherei? Ey, warte, gehst du knapp, Dink? Kocherei, wo bist du? Oder da? Kocherei? Nein, da. Warte. Ey. Ja. Ja. Wir können uns Gräser machen. An der Küche machen. Hier an der Küche ist. Ja, Al, wir brauchen noch. Kannst du noch ein bisschen Holz nehmen? Ich darf kurz. Ich? Ja. Ich habe. Hey. Normale? So eine. Wo ist es? So eine. Danke. Noch ein bisschen mehr. Okay. Tö, 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 tö. Ne, danke. Brauchst du noch mehr? Fast schon. Ich gebe mir die an. Oh, komm! Wärmen wir es sich ein bisschen? Hier ist meine Zeit, bitte. Alex, komm, ein bisschen wärmen. Aufwärmen. Alex? Komm schon. Wir müssen ein bisschen sich aufwärmen. Und ich hab ein Federn gemacht. Komm, Alex, wärmen wir ein bisschen auf. Ich auch. Na, na. Autsch. Geschafft. Warte, haben wir jetzt drei Gläser? Na gut. Machen wir jetzt Gläser. Ich werde es nicht nehmen. Ich werde es nicht kugeln nehmen. Okay? Okay, sag ich. Ja, okay. Das ist hoffentlich gut, aber weiß ich nicht. Ich werde es nicht in das Haus nehmen. Kannst du noch ein bisschen Satt nehmen? Nein, ich kann es nicht. Wir brauchen ein Messer. Nicht in der Nacht. Ja. Ich brauche viel mehr Holz. Ich hab. Na, ich hab noch eine. Ich hab noch in der... Alex, du kannst dann in mein Zest, dann hab ich auch viel. Sag mal. In mein Zest. Ja, dort. Ja. Richtig. Das ist richtig. Ich hab noch eine. Ein Edelmacher habe ich gesehen. Wow, Schau, Schau, Schau. Weg, 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 Weg. So. Was ist so? Jetzt hab ich noch ein bisschen Holz. Warte. Habst du meine auch? Ja, ich hab deine. Okay, das richtig? Ich mach noch viel Zah... Ich gehst ja toll. Ich kann weiter Holz holen. Ich brauche ganz, ganz, ganz viel Holz. Und Schneekugeln. So spielen, ja? Ja, so spielen Schneekugeln. Brauchen wir, ja? Mhm. Ich habe ein bisschen Schneekugeln gewacht. Keine Ahnung vom Wolf alles, okay? Ah, ich kann vor dem Fenster drauf gehen. Wer wird einem... Wolf! Attacke machen! Wolf! Attacke Kuh! Attacke Kuh! Sie war krank! Was hast du Obst gemacht? Nein, 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 nein. Wir brauchen nur vier Gläser. Echt? Ja. Ich wollte das Glas kaputt machen. Wer wird spielen mit mir Schneekugeln? Nein, ich kann nicht. Okay. Ich sitze die in Carolina. Lebst du noch? Erlebst du? Ich habe geglaubt, dass es passt. Weißt du? Ey, warum saust du in diese Kiste? Dann bist du hungrig oder was? Dann sagst du ja, okay? Warum? Weil ich habe mehr Essen von euch. Guck's ja. Okay? Hey, vorsichtig. Okay? Ja. Wölfe sind uhr cool. Weil die sind ja attackiert. Na ja. An der Parkour! Wir brauchen mehr Holz. Ja, also ich glaube, wir sollten alle jetzt nur mal ein bisschen Holz sammeln. Nein, nicht Holz nur. Ich brauche noch ein bisschen Sand. Wir brauchen so viel Holz noch. Dich! Dann werden wir gleich das Haus fertig machen. Ja, ja. Aber wir brauchen noch Schaf. Dauert noch. Jetzt ist ja mal dieses große Zimmer fertig und dann muss man noch ein eigenes Zimmer für jeden machen. Ja, ich habe so ein eigenes Zimmer. Ich will nur dir tun. Aber wir brauchen noch etwas Wolle. Wolle, ja. 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 Egal. Wie können wir drei Wörter machen? Ich habe eine Wolle. Ja, alle, wir brauchen noch, ähm... Wir brauchen noch mehr Wolle. Wie können wir drei Wörter machen? Okay, ich habe nur eins. Eine Wolle. Und wer hat mein Holz genommen? Ah, ich habe vergessen. Entschuldigung, Alex. Fertig! Entschuldigung, Alex. Entschuldigung. Ich habe vergessen. Ja, wenn man braucht eine, dann muss man suchen ein Loch, wo ich bin. Also wir brauchen neben ein Haus, nicht ganz weit. Was? Ja, Haus. Ich habe auch ein bisschen Holzstücke. Ich auch. Ja, bald wird die Sonne! Ja! Ich freue mich! Ich freue mich! Ja, das ist voll cool. Ja, das kann man ganz gut spielen. Ja, aber nicht so cool. Wenn das eine Kugel hat, dann kann man keine. Egal. Ich habe... 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 Oh, schön. Ich habe... 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 Da wird unser Eindebau und Zweitebau. Warte, ich kann schon was machen. Ich mach noch mehr Holz. Ich auch. Dann sind wir bald bald. Das war mein Kraftentable. Ja, wir brauchen noch normale Bäume. Wie können wir normale... Ja, ich weiß nicht was. Später normale. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mit diesem Holz bauen. Und dann können wir suchen. Ich hab 28. Ein Zettel Spaschen, glaub ich nicht so. Ich hab auch viel Holz. So, ich... Dieses Dach mach ich jetzt und fertig. Das ist eine Bombe. Das ist alles Bombe. Was? Das. Das Bombe. Das. Nein, das ist keine Bombe. In was? In der Gestalt. Was? Kann man... Schöne Leucht... Stab machen. Ich kann nicht. Ich muss nicht von drehen. Gut. Wir machen diese Dach fertig und dann ist das Video auch fertig heute. Warum? Weil es schon aus ist. Nein, ich werde es nicht. Oh ja. Warum? Dürfen wir noch hier weiterspielen? Das ist sicher. Ja. Nächstes Video. Ja. Nächstes Video mit diesem Haus fertig. Geht nicht so, also... Diesen Folgesgnal. Wir sagen Tschüss. Tschüss!